Mitten aus dem Leben. Heute Yoga. Ong Namu Guru Dev Namu So, wir kommen langsam aus der tiefen Entspannung wieder zurück in den Raum. Öffnet die Augen, gähnt, reckt und streckt euch, kommt langsam wieder zurück, richtet euch auf, setzt euch hin, damit wir zu unserer abschließenden Meditation kommen können. Heute machen wir die Sieben-Chakren-Meditation, um unsere Chakren-Energie in Einklang zu bringen. Dazu atmen wir tief ein und stellen uns vor, wie durch das Wurzelschakra, Bauchchakra, Sonnenschakra, Herzchakra, Kehlkopfchakra, Stirnchakra, Kopfchakra, ein goldener Strompferd und dann aus dem Kopfchakra heraus um uns herum ein goldener Regenfeld. Wir atmen ein, Wurzel, Bauch, Sonne, Herz, Kehlkopf, Stirn, Kopf und aus. Und nochmal ein, Wurzel, Bauch, Sonne, Herz, Kehlkopf, Stirn, Kopf und aus. Wunderbar, das habt ihr toll gemacht. Jetzt zum Abschluss singen wir gemeinsam wieder unser Sat-Nam. Wir reiben die Hände aneinander, legen sie aufeinander, legen die Daumen auf das Brustbein, spreizen die Finger ab, atmen tief ein. Sat-Nam Sat-Nam Wunderbar, vielen Dank. Ich danke euch für diese wunderbare Yoga-Stunde. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bruder! Yo! Bruder, geil haben wir das wieder gemacht. Yo, Alter, das war's mal wieder. Voll AFK-Rena irgendwie. Yo, hier der Gold wieder, 24k golden war einfach... Ja, geil, Mann. Auf deinen Nacken. Alter, mein Wurzelschakra hat sich auch wieder voll geil geöffnet, meine Wurzelschleuse. Ich schwöre, Alter. Yo, yo. Vorher nicht so, Alter. Standard, ne? Aber diesmal, ich hab sie voll von hinten genommen, ja, mein Wurzelschakra. Ja, richtig hops. Ey, Bruder, meine Verspannung, die hab ich gefickt heute, Alter. Ja, Bruder, ich schwöre auch, meine Verspannung, ey, ich schwöre, ich hasse sie, ja. So ein Knecht. Also, ich weiß nicht, bei mir ist wieder gar kein Regen gefallen und ich bin immer noch total verspannt. Ach, ich kann auch noch mit anderen Sachen spitzen. Voila, Schwester, du bist nicht tiefenentspannt. Ja, Mann. Was da? Harold, schläfst du noch? Bruder, wach auf. Oh, Mann, Mann, ich bin wieder weg, ihr Ratzt, meine tiefe Entspannung. Standard. Jedes Mal, jedes Mal. Oh, ja. Na, was macht ihr heute Abend, kriegt ihr auch Dortmund in Hertha? Nee, geht nicht, muss noch Games kommen. Ich bin ja so ein bisschen am Future-Baktiv, haben die mich da eingeladen. Hier beim Rand noch Fortnite, was mit Magenta TV. Community Magenta TV, ja, und ja, Comunica und Netflix, Magenta TV, ja, Mann. Bruder, ich schwöre, ich muss heute noch mit Yusuf in Megaludo treffen. Yo, was geht da ab? Vieles, Bruder, vieles, ich sag nur eins, Marihuana, ja. Yo, ich treff mich heute noch zum Hekel. Voll geil. Oh, soll ich dir mit meinem Motorrad mitnehmen? Lieber nicht. Na gut, ich mach jetzt Rücklichter.